Willst du mich verfehlen? Es ist heller Tag, Armin. Gott sei Dank, Jane. Ich habe einen Riesenkater. Das habe ich mir gedacht. Also hier haben wir Kaffee, Somatensaft, Roßbechersoße, ein rohes Ei und ein Aspirin. Irgendwas wird schon helfen. Ich hatte doch nur einen gespritzten Weißwein. Vielleicht war er zu wenig gespritzt. Wie? Ja. Habe ich gesungen? Sehr gut, sogar ein Aspirin. Habe ich auch gespuckt.